so meine lieben hier blauer himmel bisschen wolken und strahlen der sonnenschein und ich befinde mich hier in deutschland gerade aktuelles thema alles teuer geworden alles gestiegen zeige ich euch mal die preise hier kurz hier tagesangebot menü döner im brot 5 euro tagesmenü 96 döner teller acht euro und ich gehe mal kurz rein und immer ich mal mit und zeige ich mal das frühstück für zehn euro unglaubliche zehn euro das habt ihr noch nicht gesehen hier fangen wir mal an hier geht es mal los pommes frisch dann sujuk mit ei dann unsere schöne merchandise mit eier kennt ihr bestimmt alle die sind extra die getränke sind extra chai ist inbegriffen kaffee ist inbegriffen so schaut es hier aus ich hoffe sagen dazu preistechnisch ist das super zehn euro unschlagbar 990 sogar 990 nicht mal zehn euro ja samstag sonntag immer gleich und alles gut für 990 das ist unschlagbarer preis und wie hat es euch so gefallen sehr gut okay super freut mich ganz gut so und zeige ich euch mal kurz was es hier alles für 990 gibt alles inbegriffen hier tomaten oliven paprika käse wieder eier dann wieder paprika dann hier schönes brot und lieben dann hier frische trauben käse eier obst die suppen sind auch mit den begriffen so schaut es aus hier man wasser melone hier nachtisch wasser melone alles mit dabei und hier wird das brot sogar frisch frisch gemacht saulikum und alles frisch ganz gut alles frisch und schön sehr gut ganz gut kannst du empfehlen ja für andere die kommen wollen so dann schauen wir noch mal hier reis ist auch mit dabei so meine lieben ich hoffe ich konnte euch bisschen was zeigen es ist jetzt nicht viel gewesen aber ein wenig einblick in die ganze geschichte also man sieht auch es geht auch günstig wenn man will und wie ist das dann möglich dass man in der türkei so viel für ein frühstück zahlt bis halt ja hier unschlagbar wie man sieht und für zehn euro ist es nicht mal zehn euro ist es okay also man kann hier nicht jammern und jeder der was anderes behauptet der ja der lebt in einer anderen welt auf jeden fall kommt und schaut euch das an und testet und in diesem sinne sage ich noch mal danke euch und wir hören uns und sehen uns ein und 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 so heißt das restaurant und hier bin ich ganz kurz so hier gibt es noch mal nachschlag schöne trauben wassermelone und natürlich dazu wie immer schmeckt sehr lecker ja auf jeden fall vergleich technisch mit der türkei ist das hier unschlagbar also da kann keiner glaube ich mithalten oder die wollen nicht sie könnten aber es hat noch keiner geschafft für 99 einfach ein frühstück hinzustellen und dann als buffet ja man schauen wohin die reise geht jeden fall habe ich euch euch erst gezeigt und ihr könnt euch jetzt überzeugen und so ist es hier in deutschland und mal schauen wohin diese reise geht ich hoffe ich habe euch damit ein bisschen einblick gezeigt und danke euch dass ihr dabei seid wir auch noch so so Bis zum nächsten Mal.